Lieber Ludwig, liebe Mitspielerinnen und Mitspieler in diesem wunderbaren Kameraspiel im Frühjahr 2021. Das war diesmal eine echt, echt sportliche Angelegenheit und ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich diesmal zeitgleich alle Videos aufgenommen habe. Und noch glücklicher bin ich, dass es mir gelang, auf deine Angebote leicht und spielerisch mit dem Thema des Tages umzugehen, in so eine einfach machen und herzhaft lachen Laune gekommen bin. Und das liegt auch daran, dass du in dieser zwölften Runde so einige neue Dinge implementiert hast. Ich bin ja Wiederholungstäterin und diese neuen Dinge haben uns noch mehr in den Dialog gebracht, als es vorher schon so war. Von daher war das von Anfang an ein Video aufnehmen und gleichzeitig im Dialog mit denen zu sein, die sich das dann anschauen und wenn sie wollen, darauf antworten. Das ist auch mein größtes goldenes Nugget, was ich diesmal mitnehme. Egal, ob wir zur gleichen Zeit im gleichen Raum miteinander sind oder ob wir in verschiedenen Räumen und zu verschiedenen Zeiten sind, es ist egal. Und so freue ich mich auf alle Dynamik, auf alle Ergebnisse, die jetzt nach dem Spiel in meiner kleinen, unprofessionellen Videoproduktion passieren werden, aber dafür umso mehr aus dem Herzen heraus. Und ich sage ganz, ganz, ganz großen Dank an meine Mitspielerinnen und Mitspieler, die genau dafür gesorgt haben, dass ich dieses goldene Nugget überhaupt erleben durfte. Ich freue mich schon aufs nächste Mal und sage für heute Tschüss, Anke Schubert-Hinrichs. Ich freue mich schon aufs nächste Mal.